Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Minigames und wir spielen wieder mal ne Runde Endergames mit irgendeinem grünen Iron Man und es geht auch schon gleich los Dach 1 Zack Ich hab zwei Frames, was geht ab? Die DS hat sich der andere Kerl anscheinend leider geschnappt aber egal wir haben immerhin noch einen Bogen noch 60 Sekunden Zeit um noch ein paar DS zusätzlich zu finden also mal gucken was draus wird Da ist noch ne Kiste die hol ich mir ja noch schnell und dann danach am besten direkt ein bisschen Holz Da Dias Passt doch alles Jetzt hier schnell Holz abbauen 1 2 Maus jetzt nicht versagen Maus ich meine Maus 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 4 5 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 6 8 8 8 9 10 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 11 11 11 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 10 13 14 14 15 so wie hielt hab ich noch Maus was ist mit meiner Maus los ich verstehe es nicht ok der ist anscheinend da unten in der Höhe da da hat die Map immer noch nicht geladen immerhin läufts Gameplay gut ok 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 tot warum vielleicht das Spiel egal dann sehen wir uns in der nächsten Runde so und da sind wir auch schon auf der nächsten Plattform in 20 Sekunden geht's los das hier sollte eigentlich Planes sein seht eher aus wie Chaos da geht's gleich los so dann kann ich hier rüber rennen 3 2 2 1 3 2 1 soo da rüber soo da rüber soo 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 eisen eisen noch einmbier das mache ich jetzt so lange bis ich irgendwo angegriffen werde oder zu den Leuten hingeportet werde das war ein bisschen billig aber naja jetzt bin ich gut equippt kann ich jetzt in den Kampf ernsthaft das war nicht cool boah ich hasse solche situationen naja das war's dann zweite runde ziemlich schlecht gelaufen naja hoffentlich läuft die dritte besser bis dann willkommen zur dritten runde hier oben auf der schönen plattform die letzte war ja nicht so toll aber naja noch 20 sekunden dann geht es los hoffentlich läuft diesmal besser wir waren eigentlich gut equippt dann wurden wir einfach so zwischen zwei spieler getauft unter wasser ich finde so situationen sollte man irgendwie quasi einbauen dass man da nicht geportet werden kann also dass du in so situationen nicht in den kampf geportet werden kannst so zum beispiel hast du zehn sekunden nachdem du schlagen muss nicht getauscht werden kannst aber naja das ist ja auch ein kleiner reiz des spiels das man immer getauscht werden kann so da hoch hier abbauen hier abbauen das ist ja auch ein kleiner reiz des spiels das ist ja auch ein kleiner reiz des spiels das ist ja auch ein kleiner reiziger zack, tot, der Nächste, komm schon, wo bin ich hin, hinter mir, weit weg, Inventar checken, so, da rüber, das nach oben, kann man ein bisschen schneller werden, so, noch etwas, das über die Stickblöcke, da vorne ist der ja auch, toll, er wirkt mich mit XP-Buttles ab, das kommt schon, da ist nochmal ein Speedblock, ich bräuchte jetzt eigentlich was zu essen, aber zuerst mal schnapp ich mir den, das war ja gut, so, essen, zack, 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 Nein, was los, ernsthaft, naja, das war keine ganz so tolle Folge heute, aber naja mein motto ist ja ich nehme es egal ob gut oder schlecht dann verabschiede ich mich hier von euch ich hoffe ihr hattet spaß das war von mir euren nato lp ciao